Na? Okay. Es gibt zwei von denen natürlich. Es gab glaube ich sogar drei. Ich habe nur den einen nicht gesehen. Ich sag rein hier. Ja, komm näher. Ich mit dir. Bei denen. Ich habe eine Schweinsnase gehört. Andere Seite bestimmt. Ach scheiße. Ich fliege genau da rein. Boah nee. Ernsthaft. Volle, volle Rotze rein. Ich passe nicht mal auf. Ja, das ist natürlich Pro-Pro-Gaming. Okay. Da hinten sind Würfel für ein Würfelspiel. Rutschen wir mal da hin. Ja. Fall runter und stirben. Kackvieche. Ich habe das Gefühl, ich habe... Schade. Es hätte ja nicht einfach sein können. Man muss die Würfel nochmal extra verstecken. Ich habe das Gefühl, dass es nicht einfach sein kann, hier durchzulaufen. Ja. Machst du wieder Radau? Da geht denn nur endlich anfangs von Larvenviechern, ne? Da lebt übrigens dein armen Kackviech. So, dann baller ich dich weg, ey. Scheißiger, den einen Hit, den hab ich mir schenken können. Das war's mir jetzt nicht wert, da aufzuhören. Zweite Kiste. So, und dann gehen wir wieder zurück. Wir lassen uns erst hier von so nem... Ich weiß nicht, was das so... Ich denk mal, die steckt sich da das Ding in die... Ihr wisst schon, ne? Und durch Glücksgefühle kriegt man dann Lebenskraft wieder zurück. Das ist meine Theorie, wie Alice sich da drin vergnügt. Deswegen kommen da auch Luftbläschen raus, weil sie jetzt so feucht davon ist. Sollte aber nicht weiterverraten. Das ist meine Theorie, die gehört mir. Die hab ich schon copyrighted. Da hab ich gähnen müssen. Bei der Früh aufgewacht. Hier geht's bestimmt nach oben. Achso, das war die Tür. Schade. Es hätte so einfach sein können. Na, Pilzchen. Zack, durch. Dann lösen wir mal ein Rätselchen. Wunderbar. Sieht auch richtig schön aus. So. Ich würde jetzt mal grob sagen, dass das hier nach rechts muss. Das hier nach links. Und, oh mein Gott, ich hab keine Ahnung, wie wir anfangen sollen. Dann machen wir mal so. Nee, 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 nicht. Das hier, 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 das hier. Das nervt, das Ding gehört da nicht hin. Ich weiß nicht, wo es hingehört. Was soll denn das sein? Und wo soll das hin? Das geht ja so hin. Ähm, ach so. Ja, 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 ja. Äh, ja gut, wir setzen nochmal zurück. Kein Problem, ist alles doch am Anfang. Also, nochmal von vorne. Das hier kommt da hin. Das hier kommt da hin. Die beiden Augen kommen, glaube ich, sogar ganz oben rechts und oben links hin. Das kommt da unten hin. Das kommt da unten hin. Aber, hey. Das erschließt sich mir nicht. Hm. Das ist auf jeden Fall da hin. Machen wir mal den hier hier hin, den hier da hin, den hier da hin, den hier da hin. Äh, Bullshit. Ja, vollkommener Bullshit. Ach, der hat so eine Schmalzlocke. Okay, das ist das da, gehört da hinten, das hier gehört da oben hin. Die beiden Augen sind auf der Höhe. Der Mund ist dann da unten, die Nase ist da. Aber okay, das hat auch mehr Sinn. Ich hab was, ich hab was, ich hab die Scheiße gelabert. Gut, eines Auge stimmt, Nase stimmt, Mund stimmt. Ja, das sieht schon viel besser aus. Das stimmt. Was ist das denn hin? Nee, die Schmalzlocke muss nach oben. Äh. Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt kloppen soll, ne? Also die Augen stimme, aber die Schmalzlocke hätte oben sein sollen. Äh. 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 Ich bin echt überfragt gerade. Ja, nee, geht nicht. Gut, nochmal. Weißt du, irgendwann macht sich so ein Puzzle, wo man genau wissen muss, wo das halt hingehört. Ja. Ja. Das geht auf jeden Fall hier hin. Das ist auf jeden Fall da hin. Und die Schmalzlocke muss hoch. Aha. Wir haben wieder einen Fehler. Wir haben wieder einen Fehler. Und ich würde sogar sagen, das kommt nämlich, ähm, da hin, hier hin. Ah. Ich verspiele dir meine dummen Züge ernsthaft. Das heißt, das hier müssen wir nochmal drehen, bis es passt. Ja, gut. Ich glaube, da muss man, da muss man, da muss man die, die Vierecke genau richtig bewegen. Gut. Das heißt, das müssen wir so lange drehen, bis der hier rauskommt. Äh. Oder war das so? Ja, das muss leider, leider Gottes so gedreht werden. Dann wollen wir, ähm, die hier da oben haben. Dann drehen wir das hier einmal so rum. Was wieder nicht passt. Mann, 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 Mann. Ah. Ah. Die Schmalzlocke müsste dahin mit dem Auge getauscht werden. Ah, dann wäre es, glaube ich, sogar fertig gewesen. Obwohl, ich glaube, die Augen sind falsch rum. Ja, die Augen sind falsch rum. Das eine Auge muss auf die andere Seite. Boah, das ist jeder so ein scheiß Ressel, weißt du. Werden jetzt bestimmt 15 Minuten lang auf diesem Drecksressel rum, rumgammeln werden. Das ist, das langweilt euch jetzt zu Tode. Gut, ich fange jetzt mal, ich fange jetzt mal nicht mit dem hier nach unten an. So. Also, der, der hier, der hier muss da runter. Äh, der hier muss da hoch. Heißt, wenn wir das einmal so drehen würden. Ich fange ja wieder mit dem an. Komm, wir hier mal zurücksetzen und lassen sowas nicht auf uns zu wohnen. So. Einmal den hier. 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 Das sieht schon ziemlich nice aus. Jetzt haben wir jetzt ein anderer Problem. Also, guck mal, jetzt stimmt... Die Hälfte stimmt schon mal, ne? Jetzt müssen wir den Rest korrigieren. Und ich glaube, das ist da oben. Stimmt das? Nee, nee, nee. Keine Fall. Oh, das stimmt. Ich krieg das nicht geschissen. Ich krieg das echt nicht geschissen. Die eine Schmalzockel passt wieder mit der anderen Schmalzockel. Boah, das ist wieder so... Mann, 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 Mann. Uiuiuiuiuiuiui, ist das nicht einfach. Lass uns mal lieber gleich so. So stehen. So, ich glaube, wir haben vorhin nämlich... Für den Scheiß haben wir vorher irgendwie so nach acht Zügen mehr drauf down だ, da denke ich mir jetzt gerade, wie blöd bin ich denn eigentlich. die locke muss hoch dass wir müssen das irgendwie ich bin ja echt nicht gut in solchen dingern so und dann dreht man alles richtig hin ja das sieht ja hässlich aus wie lange wir gebraucht haben für den scheiß ernsthaft ich hasse die normalen noch schlimmer als die anderen ernsthaft die hätten lieber irgendwie so neuen fußsoldaten machen soll nur einer der richtig geil abgeht nicht diese die eine puppe oder die fände ich habe mir scheiße also da gefallen mir die gegner gar nicht einfach weil weil diese eine diese eine fliege das bieße wie schon mir den tag versaut fack ich hätte zu den einen luftdings gehen sollen aber ich glaube wir machen jetzt hier eine kleine pause und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss und da sind wir wieder bei der neuen folge Alice Madden oh ich weiß der kleine junge den wir mal zusammengesetzt haben er ist ihr kleiner dreckskerl Alice Madden's Returns ohne Ablenkung und so ne wie es sein soll und boah ich muss mal mit den Tasten wieder zurecht kommen ich glaube Caps Lockett mit dem Druck aus Versehen so von hier müssen wir glaube ich da hin what the fuck da schaukelt einer ganz schön viel das war nicht knapp das war vollkommen normal scheiße ja gut dann halt nochmal ne oh wir waren zwar nicht drauf aber es hat schon gezählt ist halt irgendwie schlecht gemacht ne oh ne nicht wieder die